schon auf jo und damit hätten sie gekommen sein haben wir gefunden was wir wollten wir müssen nur zurück und das gefundene wieder berichten denn wir haben ja letzte folge die verstorbene liebe wieder zusammengeführt ja und das ist ja war da geklappt ne und was ist das gott ob wir gerade irgendwie ich weiß nicht ob ihr das gehört habt aber gut ich mache einfach mal weiter wenn es noch mal passiert ja dann haben wir es live auf aufnahme und ich kann dann fokus oder so schicken keine ahnung ich habe den längst verstorbenen liebenden geholfen sich wieder zu finden braucht ihr noch weitere unterstützung ja mache ich ja okay habt ihr irgendwelche tipps die idee annehmen kann 20 ok und was steht da drinnen 20 stück joys wieder vom ausleit scheint ab und für ich also mal direkt zu besetzen maras liebe hält für ewig und ihre wärme versprüht wird durch die welt getragen ich schließt eure augen hebt euren kopf zum himmel und senkt euch im glanze der sonne und dem schatten eures schicksals lady mara wird eure euch aufnehmen egal wie auch vergangenheit war eure sünden vergeben und euren segen erfrischen unter ihrer hingabe wird sie eure mütter werden und lernen ihr werdet lernen dass sie sie euch niemals verlässt weil ich niemals von der seite geht und euch niemals und euch immer vergeben wird spenden werden vom tempel aufmacher und rüsten abzutüren hallo nehmen die brief an hatte ich den brüten auftrag schon ich weiß es nicht who are you what is it do you do you ja ja works on everyone else oh oh i like to read the fear in a man's eyes as i bludged him my favorite books are about agonia mates where will increase of lust and all the classics i tend to skip through books to be honest some people are right about confronting the wolf queen i live it nein ich liebe es über agonische mites und ihre lust zu lesen okay are you a friend of hell yes okay okay you'll have to get a line i think i did somewhere in black marsh okay that's not funny okay we like i don't want to soil my first bubbling such a filthy warm fear not i have no desire to kill you i might lob off so ich will nicht kämpfen okay okay what do you ultimately want was holger? womens? maverige? sex? oh es fing zu rechnen oh ok 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 well i just lost my appetite and here i sought your motives to a noble you're just another devian live or be a thoughtful guy like you deserves better then what's stopping you go for it forget her there aren't enough potions and neurons to cure the diseases you get nein what's stopping you go for it du musst deine leben deine deine wünsche deine träume erfüllen just do it make your dreams come true what makes this thing betting helga will be that easy have you tried other woman what of the temple of di bella ok ok wenn du es so sagst dann ist das halt so jade jade wir hatten dich doch mal als begleiterin sachen nicht das durch dieses das komplett interesting NPCs zurücksetzt wäre das wäre natürlich ich werde mich nicht an die ganzen Quests erinnern können aber das wäre natürlich echt hart there is no place for cynics in this service of mara excuse me if by the west you mean happily married then yes you're right nein excuse me nee what do you mean cursed oh Hesiodron you speak of lycanturphy follow me and i will save your soul curse away with you banshee curse can be fixed i am the one who fixed them now what do you mean cursed you are cursed with beauty a light so bright it out shines a person inside the only way to break such a curse is to find love yourself fear not maiden read me and no curse will understand the might of our love you don't have to be a matchmaker you can just pass out then yes letter right you are cursed with beauty a light so bright it out shines a person inside to be so Jade you seem less devout than the other priests i've met yeah your marriage delicious could just be bad luck what do you mean what do you mean so what went wrong so what went wrong oh 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 nein surely something must be going on between those two i'll let Mjöl follows Arjen just mates in riftn hello Mjöl is mine Arjen can't have her adopt me i doubt me all is interested in any man if you can do it catch my drift erwin is better off with all this giant is of a woman kids geht um eine begleiterin was sage ich denn sicher dass er irgendwas zwischen den beiden ist ich führe jolf folgt an wartet einfach in wirften ein ja das meine aber kann sie nicht haben ich sag sie ist lesbisch okay aber das better office the giant is of a woman ich glaube sie 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 ist nicht so interessierte männer we got with some people just aren't comfortable it's not your fault is a way it's just one more perfect well to sort your console and we got some people just aren't computer let's look for that much you know it has never nice to learn das ist nicht ein schuld das ist nicht so 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 tales nein tell me about your childhood why do you think they reacted that way how did you develop your skills as a thief how did the books help you could do more for mama by spreading her word follow me nah never me oh no just a question of drag is like i stick to the road lots of scary stuff out in the wilderness there will be great parallel and amazing adventure for that is a life truly lived there will be danger but i will protect you as long as you're okay with me stealing stuff also das erste muss ich gleich gar nicht übersetzen ich bleibe auf den straßen aber das typische es ist eine großartige chance für dich ein abenteuer zu erleben das ist es wie das leben richtig gelebt wird es wird gefahren geben aber ich will dich beschützt werde ich beschützen alles es ist gut wenn du damit abgeschirmt ist es die Leute verklauert nein es wird gefahren geben aber ich werde dich beschützen see what's happened after you joined the gold what do you mean by that Das finde ich schön. When did you decide to quit the guild? So, no one saw you enter, what happened next? So, no one saw you enter. What did you do? So, no one saw you enter. So, no one saw you enter. So, no one saw. So, no one saw you enter. 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 So, no one saw me enter. was kann die die ist gut in einer die ist vor allem gut in diebstahl leichte rüstung ja die ist eigentlich einhand mensch der beschwört ja wie versteht nicht was macht das jetzt anders einhand beschwören das ist doch alles gleich geblieben ich weiß ich weiß ich weiß ich verstehe was du meinst wir haben es mitten am tag aber der typ ist ja immer noch da okay das hat sich nicht geändert was wollte ich sagen und ich tue nicht wollte folgen mit ihr werden wir nächste folge nein nächste folge werden wir sie ausrüsten weil sie hat ja jetzt nicht 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 wirklich sachen dabei thema magie nein wenn die feier wir müssen alle jungen sterben würde ich jetzt besser ausrüsten thema magie vergesst was sie über magie wisst nein ich will da nicht dass sie gerade irgendwann tötet trade somethings steel dagger das ist das einzige was sie hat das ist auch irgendwas was ich nicht auch heute will ich auch nicht bei mir haben du kriegst ein schwert und eine gute robe nächste folge aber bis dahin müssen wir machen macht's gut und tschau